Also noch habe ich natürlich den Cucabana-Strand besucht. Ist ja einer der größten Strände in Rio und das ist ein sehr schöner und sehr langer Strand. Man kann sehr viel besuchen sein, wenn man den lang läuft. Es sind viele Kinos, Theater und Bars, Clubs, alles mögliche unterwegs. Also wenn man davon ist, dann hat man nie Langeweile. Also das Wasser ist natürlich auch sehr schön, sehr warm und der Sandstrand ist super schön und ja, das Wasser ist einfach so schön durchsichtig, ohne irgendwelche Makel. Sind da viele Touristen zu finden, die baden? Na klar, also jeder will mit sehr schönem Wasser baden, wenn es schön warm ist. Es ist das perfekte Touristenziel für die ganzen Urlauber. Ja, es ist zwar immer sehr voll, aber das stört keine Touristen, weil jeder will den gerne mal sehen und überhaupt in Rio ist ja immer sehr viel los und da will jeder auf jeden Fall hin. Ja, das ist ja auch immer sehr schön. Vielen Dank.